... und Essen täglich, 3 Kilometer Stoppenberg, Verbeer, dann nochmal die 850 Küsse, dort wird vom Essen, zwischen 7,5 und 3,5, 1 Liter Stau, wegen Wärmungsarbeiten, und zum Schluss die 850, 660, Meckenheim, Riff und Bonn, zwischen Bonn, Hartberg und Bonn, Poppelsdorf, 2 Kilometer Stoppenberg, Verbeer, 2 Kilometer, Stoppenberg, Verbeer, 2 Kilometer, Stoppenberg, Verbeer, 2 Kilometer, Stoppenberg, Verbeer,